Hallo, hier ist Ronja und wir spielen heute eine neue Folge Stadt-Land-Fluss-Online. Was ein fantastisches Online-Spiel ist, in dem man nur gewinnen kann. Es ist ähnlich wie Scribbl.io, aber es ist nicht wie Scribbl.io. Der einzige Punkt, den sie gemeinsam haben, ist, dass es Online-Spiele sind. Ich weiß nicht genau, worauf ich damit hinaus wollte. Freut ihr euch schon? Ja, oh mein. Gut, dann lass uns anfangen. Okay, wir spielen Stadt-Land-Fluss-Online und mit lustigen Kategorien, wie zum Beispiel Todesursache, was mit G ist. Man darf es nicht laut sagen, deswegen ist es schwierig. Aber, ich... Todesursache könnte man... Warte mal, wir fangen mit etwas Einfachem an. Wir nehmen das Spiel zuerst. Ort ist auch einfach, das kann man nämlich dort machen. Pizza-Zutat, vielleicht... Da kann man... Bei der Waffe für die Zombie-Apokalypse bin ich mir nicht ganz sicher, würde ich aber... Das ist schwer. Da habe ich noch nichts. Okay. Oh, jetzt hänge ich. Aber wenn man was falsch schreibt, dann... Das ist doch egal, wenn man es falsch schreibt. Das bewerten ja wir. Also, warte mal, schreibt man das so? Ey, mir fällt gar nichts ein, warte mal. Ja, so schreibt man das. Etwas, was stinkt. Äh... G-g-g-g-g-g... Hm. Äh... Da bin ich sicher, dass das stinkt. Okay, ich brauche immer noch eine Todesursache. Ansonsten habe ich alles. Wer zuerst auf Stop drückt, beendet die Runde. Deswegen muss man sich super beeilen. Oh nein! Ähm... Äh, 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 äh... Ah, mir fällt nichts an! Ja! Oh! Nein! Okay, äh, jetzt müssen wir durchgehen. Durch die Sachen. Okay. Ich habe als Todesursache gefangen genommen. Du hast Gurken in den Hals stecken geblieben. Und, äh, Flo hat... Todesursache... Groß. Die waren gar nicht am Schreiben. Groß würde ich jetzt einfach mal wehtun. Ich werde... Ich werde... Ich werde... Gefangen genommen ist jetzt auch nicht unbedingt... Du bist verhungert. Ich wollte noch weiterschreiben. Aber ist okay. Wenn du sagst, es ist fair, wir nehmen es raus. Bin ich... Bin ich dabei. Man kriegt weniger Punkte, wenn man das gleiche Spiel nimmt. Ich kenne das Spiel G leider nicht. Ich kenne das Spiel leider auch. Ja, ich war nicht fertig, ey! Oh, Ort, eine Leiche zu verstecken? G! Garage und Garten. Ich kenne es sofort mit Garten, Freund. Die Frage ist Garten. Kann man... Guck mal, im Garten. Da liegt die Hälfte, die Leiche. Pizza-Zutat... Oh! Gau oder Käse? G! Oh! Flo, du wolltest dich durchschubbeln, Mann! Ich war nicht fertig, Junge! Äh, was ist denn eine Gatlingung? Lingung. Gatling? Was ist denn eine Gatlingung? Gatling? Gatling? Nein! Tops, das ist aber jetzt wirklich nicht dein Ernst. Tops, sorry. Tops, das ist aber jetzt wirklich nicht dein Ernst. Großer Hammer ist stark. Großer Hammer ist wirklich stark. Etwas, was stinkt. Grün, Kohl, Gatling. G-Tops. Da muss ich sagen, hab ich kein Problem mit G-Tops, ne? G-Tops. G-Tops. Was ist denn Tops? Ist okay. Ist okay. Ich glaub, wir haben jetzt alles richtig, oder? Ey, warte. Okay, jetzt weißt du, wie es funktioniert. Ich hab's noch nie gespielt. Das ist ziemlich einfach. Ich muss schon da denken. Ich wusste nicht, dass wir Zeit damit nehmen. Wir haben Zeit, damit wer zuerst den Stopp-Knopf buzzert, hat quasi den... Okay, weiter. Nächste Runde. Was? Tod ist eine Sache. Okay. Ähm. Äh. 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 Oh. Ich hoffe, das versteht man. Äh, warte mal. Ich mach noch hier so einen kleinen, kleinen Pfeil. Damit das ganz klar ist. Äh. Was ist denn ein gutes Computerspiel? Mir fällt kein Computerspiel ein. Mit K. Äh. 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 Okay, überspringe ich kurz. Ort, eine Leiche zu verstecken. Habt ihr da was? Äh. Ja, hab ich. Hab ich. Ich weiß nicht, was richtig geschrieben wird. Ähm. Ha. Ich bin mir nicht sicher. Was ist denn eine gute Pizza? Oh mein Gott. K ist ein schwieriger Buchstabe. Das denkt man gar nicht. Pizza-Zutat. Äh. Bum. G- Was? Ich war nur ein Geld. Tops, Junge. Todesursache. Kratzer, der zu tief ist. Folge verbluten. Kartoffeln so groß wie ein Baum. Feilhaftig. Äh. Nein, klar. Sicherlich. Ähm. Cafeteria schreibt beim Bc. Flo. Ja, aber Computerspiel ist auch richtig, ne? Ey, wenn wir es weitermachen, ist ein Thema. Oh Gott. Tops. Flo, vote mal Counter-Strike weg. So schreibt man das nicht. Warte, 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 warte. Du kannst in einem Klavier niemanden verstecken. Das ist viel zu klein. Nein, da sind ja die Bänder. Hacke. Wenn du die Leine hier zur Stücke gehst, und dementsprechend... Tops, vote mal gegen Cafeteria. Und Flo, vote mal gegen Schlammier. Nein. Kümmel, okay? Kümmel? Kümmel, lass dich durchgehen. Katana ist stark. An Katana hätte ich denken müssen, aber ich bin nicht so weit gekommen. Komm, Tops hat immer dasselbe blieb geschrieben. Ja, gut. Ich finde die Etwas-das-stinkt-Kategorie sehr kreativ auch. Einfach. Nächste Runde. Warte. Z. Okay, wir fangen jetzt mal mit was Tiefem an. Wie zum Beispiel... Hier kann man ein... Das nehmen. Etwas, was stinkt, ist ganz klar... Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Nee, da fällt mir nichts ein. Z, Z, Z... Uff! Ähm... Äh... Das ist gut. Das ist gut. Was ist denn... Spielen mit Z. Kennt ihr ein Spiel mit Z? Ja, kenn ich. Eins, was mein Kind hat. Äh... Ehrlich? Ich kenn keins. Z, 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 Z... Etwas, das stinkt. Äh... Wie heißen denn diese Fische? Diese kleinen? Schreibt man die mit Z nähe, oder? So heißt die. Etwas, das stinkt. Was? Das ist ein starkes, starkes Ding. Ich brauche nur noch ein Computerspiel, dann bin ich durch. Was sind wir für die Pizza zu? Pizza, Pizza, Pizza. Ich habe ein gutes Pizza-Ding. Oh mein Gott. Habe ich? Habe ich. Ja, habe ich. Ein gutes. Computerspiel, Computerspiel, Computerspiel. Ich will schummeln, aber ich darf nicht. Ähm... Come on. Es gibt doch welche mit Z. Ey, aber... Gibt es eigentlich irgendwelche Werte mit Z, was man essen kann? Ja. Gibt es. Äh... Z, 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 z. Nice. Ich bin der... Du hast was? Was ist denn Zuma? Habe ich noch nie gehört. Doch, Google das. Google das. Das ist ein geiles Spiel. Das ist so wie... Äh, äh... Das ist... Okay, ich glaube dir. Du verätzt das Auge, dann durchstirbt man nicht. Doch! Warte, was? Du stirbst an den... Du stirbst an den Verätzungen und den Folgekrankheiten. Och, Mann. An den Augen? Zehn Z. Zehn Z. Zehn Z. Zucker auf einmal zu sich nehmen. Zuckerschock. Jünger, zehn Z. 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 Das ist eine starke Antwort. Du mal kenn ich nicht. Nee nicht ab. Betriebs. Du bist dumm, Topps. Du bist dumm. Ist egal, es geht nicht... Es geht nur weg, wenn zwei Warten. Ort in einem Leicht zu verstecken. Zaun ist kein Ort. Hä, was? Zaun? Ja, kein Zoklo. Zoklo ist nicht schlecht. Der rissene Fleischstücke. Jünger, aber das ist Tzatziki. Das gibt's gar nicht. Tzatziki ist Knoblauchsoße du Mongo. Das stimmt, aber das tut man nicht auf Pizza. Hä? Na, aber das kam. Mein Vater macht sich das auf die Pizza. Das schreibt man aber mit TZ. Juri, du bist. Da warst du nicht so, oder? Waffen für Zombie-Apokalypse. Ich habe Zombie-Bein. Zombie-Axt 9000. XXL. Limited Edition TM. Kennst du es nicht? Doch, klar. Stark. Zander, der alt ist und verrottet? Zander ist ein Fisch. Hä? Zander ist ein Fisch-Art. Okay, lass ich mal irgendwie durchgehen. Ich auch. Zimmer ist nicht aufgeraten. Zimmer ist nicht auf. Das finde ich eigentlich eher nicht so. Du findest gar nichts aus deiner eigenen Sache. Okay, nächste Runde. Ich bin gespannt. Es sind die gleichen Kategorien, aber andere Buchstaben. Todesursache. Da habe ich gleich was Gutes. Computer-Spiel. So schreibt man das richtig. Ort, eine Leiche zu verstecken. Ähm. Ah. Bitte Maus. Ah! Pizza-Zutat. Äh. Oh, da habe ich sogar was Legites. Letztes Mal habe ich Citrode genommen. Das habt ihr irgendwie durchgelassen. Ich weiß nicht genau, warum. Wenn du den bringst, gebe ich dir nix. Äh. Wenn du den letzten Kausen wirklich schreibst, dann gebe ich dir nix. Ah. Vielen, gibst du. Danke für den Hinweis, Florian. Nein, wenn ihr das macht, gebe ich euch beiden nix. Das ist ein Tät nicht. Äh. Aber ein x macht uns nicht weg. Wo kann man, wo kann man, äh, 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 äh. Bäm. Easy Runde. Warte, wieso lädt ihr nicht? Doch jetzt. Nein. Okay. Junge, ihr seid, ihr Tops, ihr bist so dumm. Tops, du hättest einfach überall Kaus 249 genommen. Clown erwirgt dich. Chlorvergiftung, stark. Kaus 244 vermöbelt dich in der Pause. Florian, das hast du selber geschrieben. Möchtest du damit andeuten, dass du Leute tot ist, indem du sie vermöbelst? Ich wollte, Chemielabor, wollte ich so ihre Becken machen. Okay. Chemielabor. Wenn ihr Trustchamber nicht kennt, dann seid ihr nicht gebildet. Hä? Nee, das ist okay, das lassen wir durch. Ähm. Pizza Zutat, wie kommt ihr nicht auf Champignons? Ich hab das Gefühl, das ist so ein Klassiker. Oder? Oh ja, stimmt. Okay, was haben wir noch? Champagnerflasche, die zerbrochen ist und Chainsaw, auch nicht schlecht. Entweder, ja. Etwas, das stinkt. Sehe ich da verwirrenderweise zwei Xe. Verstehe ich gar nicht. Wo kommt die denn her? Ja, das ist eine Frage. Gar nicht. Also ich würde, ich würde mir noch einen Haken geben. Ja, aber ist okay, wir haben uns ja Haken gegeben. Es geht ja durch. Ey, wenn ein Tee kommt, weiß ich was ich mache. Ich auch. Ja? So, nächste Runde. Ich muss sagen, bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit meiner Ge... Es ist toll! Ich hab gute Kategorien. Ähm. Machen wir mal... Ähm. Tee, was ist denn mit Tee eine Pizza-Zutat? Was kann man denn essen? Ich mein... Tops. Tops kann man nicht essen. Der stinkt doch. Das ist ungenießbar. Ha, ha. Ähm. Äh, T-T-Tee... Ha. Dann machen wir mal... Da findet man's eh nicht. Dann haben wir... Welches Computerspiel gibt's? Äh. Oh Gott, ich hab wenig... Oh, warte, nein, das schreibt man tatsächlich ziemlich sicher so. Äh, und Pizza-Zutat... Ich brauch nur noch eine Pizza-Zutat, dann hab ich gewonnen. Ähm. Denk nach, denk nach, denk nach, denk nach. T-Tee... Tee... 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 Mir wird auch nix sein beim Pizza-Zutat. Echt? Äh, Pizza-Zutat, was gibt's denn mit Tee? Äh... Okay, pass auf. Was kann man denn essen mit Tee? Ich hab jetzt was Starkes, ich nehm das jetzt einfach. NEIN! Wieso geht das nicht? Wieso lädt das nicht? Ich hab auf Tee aufgedrückt. HÄHR AUF! Todesursache. Ja, ich bin da. Tops gestankt, Tops rastet aus, totale Erwürgung von einem tollwütigen Bergtipps. HÄHR AUF! Das ist ein fantastischer Anspurt! Schnell macht da ich's. Ehe, Tops rastet aus, Junge. Was soll... Da stirbst du noch nicht. HÄHR AUF! Ja, echt so. Da stirbst du schon, das stimmt schon. Wow. Terraria. Nö. Haha, Tops hat Terraria falsch geschrieben. Ah, ein R zu ihm. Du... 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 Das fällt... Da würde mich nie jemand nachgucken. Toilettenhaus auf der Autobahn soll das wahrscheinlich heißen, nehme ich an. Ist das korrekt? Ja. Äh, Tiefkühlfach. Das ist... Die Frage ist, das musst du erklären, wie groß ist denn Tiefkühlfach? Nein, abgelehnt. Und... Der hat nur einen kleinen Tiefkühlfach. Ein Tiefkühlfach... Nö. Weil Tiefkühlfach hast du jetzt auch gesagt. Stell dir vor, wenn du eine Leiche aufs Hackst hier... Portellini kommt nicht auf eine Pizza, Miebe. Ey, guck mal, ich wollte Tee schreiben, aber... Tee. Tee auch nicht. Portellini kommt auch nicht auf eine Pizza. Es gibt nur eine Pizza... Es gibt Pizza, auf der ist Spaghetti drauf, warum keine Toilettelini? Bei mir Tatsiki wegmachen, nur. Wache für Tom Dippen können das Toops' Körper erst mal nix geben. Hä? Ja. Toops stinkt in der Arm. Oder Tesafilm. Tesafilm ist dieses Klebeband. Das heißt Tesafilm. Panzertape. Wow. Ja. Guck mal, ganz unten drinnen. Ey, dann... Ey, rollen ja, wenn da... Ey, los, das stinkt. Tops, 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 Tops. Ich find's schön, wie geht er? Außer Tops selber. Ich hab... Tobias, Tops, Tops, Tops. Toilettenpapier, das benutzt du oder? Oh, please. Ich mein, wir lassen's durch, aber... Ist ein bisschen unordentlich, nein. Egal, ich würd's sagen, Finale Runde oder? Finale Runde. Äh, bei mir lädt er noch. Ne, bei Tops lädt er noch. Ja, Tops muss noch... Tops, du musst auf Ergebnisse bestätigen drücken. Nein. Ich akzeptiere das nicht. Ich akzeptiere die letzten zwei von euch beiden nicht. Das kannst du nicht. Tops, jetzt drück. Tops, du kannst sie nicht nicht akzeptieren. Drück jetzt! Guck mal, wir haben Floß auch genommen. Wir haben doch auch Chaos Show 44 geschrieben. Oh, warte, das war schon die Finale Runde. Ich hab gewonnen! Äh! Tops ist sogar Zweiter geworden. Du bist ein Noob. Aber dafür stinkt, Tops. Ja, ich würd' sagen, äh, lasst n'n, lasst n'n' Like da, wenn Tops stinkt. Und vielleicht kommentiert er's auch noch. Ja, schreib das nicht drunter! Wenn ihr das drunter schreibt. Dann geh ich zu Flo. Ja, warte, ey, Ronne. Und kack ihn vor die Tür. Ja. Ronne, ich glaub, ich schreib wieder oft drunter. Und dann hat Flo jetzt noch ein Stück. Das find' ich gut. Alles klar. Dann, äh, wünsche ich noch einen gesitzerten Abend. Du lachst mir, du arbeitest, das wird, denk ich kaum noch mehr. Und flieg das, äh, nach Österreich. Abonniert den Kanal und auch den von den anderen. Und ja, macht's gut. Ciao! Bis zum nächsten Mal.